Du musst ein wenig energischer sein, trabzimmer. Hände schön ans Ablappen. Leider lehnen. Hände schön ans Ablappen und zählen. Sonst hast du keine Kontrolle über sie. Gut, so ist es gut. Und ein wenig treiben. Gut. Dann kannst du Karlin auch Ablappen hinten anschliessen. Gut, so ist es gut. Gut. Gut.